Yo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer, herzlich willkommen zurück zu Super Meat Boy oder Super Treat Boy. Ha! Ja, ihr habt die Einblendungen gesehen, die ich gemacht habe. Einige haben gesagt, ey, das stört ein bisschen, das ist zu viel. Habe ich auch eingesehen, dass es zu viel war. Ich habe mir schon gedacht, so beim Basteln, na, ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen gibt es die Einblendungen nun, wie gehabt, immer noch, aber diesmal mit ein paar weniger Einblendungen. Ich habe versucht, das Ganze dann mal ein bisschen auszubalancieren. Schreibt mir in die Kommentare, ob das in Ordnung war. Und wir wollen auch gleich mal starten, und zwar mit Level 10. Uiuiui, da bin ich direkt mal falsch gelaufen. Denn wir befinden uns ja immer noch nebenberuflich, beziehungsweise hauptberuflich, in einem Wettstreit gegen die Zeit. Und zwar wollen wir, wow, das war jetzt nicht so nice, möglichst schnell agieren hier, beziehungsweise ich will möglichst schnell agieren. Ah, das ist da mal jetzt ordentlich Zeit gelassen, würde ich mal sagen. Aber, komm, ein bisschen Zeit muss man sich ja auch mal gönnen. So, uiia, ah, okay. Treat, Frau, komm her, gib's mir, Treat, man. Und hier, da, jetzt kommen wir nämlich langsam auch, also The Rapture ist in der Dark World somit der schwerste Shit, den ich ever gemacht habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Oh, bam, zack, zack, yay, das geht doch mal klar, so, hui. Okay, komm her, Super Meat Boy, komm her, Super Meat Boy. Ah, da haben wir's geschafft, okay. Und jetzt, nein, das gibt's doch gar nicht. Habt ihr das gesehen? Einen Millimeter, einen Millimeter. Millimeter, so. Ui. Ja, jetzt haben wir's aber, okay, okay. Da haben wir jetzt wieder 0,69253 Sekunden verloren. Ist natürlich nicht ganz so toll. Oh, ja. Aber da haben wir die Treat, Frau da oben gerettet. Die Treat, Frau. Jetzt fang ich schon damit an. Ich weiß auch echt nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, Leute. Ihr habt bestimmt die ein oder andere Einblendung schon wieder sehen können. Oh, oh. Oh, okay. Komm her, Meat Boy. Yeah. Hallo. Oh, Meaty. Ich vermisse dich. Wee. Bam, 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 bam. Ich bin der Bond. Der Bondfleisch. Der Bondfleisch LP. Hoja. Boah. Bam, 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 bam. Hop, hop, hop. Komm her. Okay, und jetzt. Hopps. Tada. Ja, also, hopp. Ich bin schon sehr trainiert, was den Super Meat Boy angeht. Habe ja schon auch viel gesuchtet. Muss man ja ganz ehrlich sagen, dass ich viel gesuchtet habe. Das ist ja wirklich nicht mehr schön, was ich teilweise gesuchtet habe. Oh. Was, ich lebe noch? Oh, das war klar. Puh. Da war falsche Matrix, Leute. Kann man nichts machen. Manchmal steckt man einfach in der falschen Matrix drin. So. What? What the hell? Warte, verdammt. Schön, dass ich mich durchgebackt habe, aber das wollte ich gar nicht. Oh. Ah, das Level. Ah ja. Hä, und ich erinnere mich Ah, Moment Ich habe gedacht, ich habe das schon mal gemacht Dabei habe ich es noch gar nicht gemacht Denn ich habe das nur letztens im Stream schon mal nochmal gemacht Jaja, ich hatte das nur letztens schon mal im Stream nochmal gemacht Ich habe gerade gedacht, hey, hast du schon weiter Super Meat Boy aufgenommen Aber habe ich doch gar nicht Also kann ich das auch noch nicht gemacht Ah, da haben wir es durch Okay, okay, Leute Wir haben drei Minuten irgendwie hier Ja, genau drei Minuten haben wir Ach, hell kommt ja vor The Rapture noch Oh, oh, oh Ja, ich glaube, wir werden es nicht in diesem Part schaffen alles Ah, nee, Moment Da muss ich aber anfangen So, nee Also das Level, das muss ich schon beginnen So wie ich das immer Ey TT, was ist da los? Ich glaube, der Zeitdruck, der steigt mir zu Kopf Da kann ich nicht mehr gut spielen, wenn ich so unter Zeitdruck bin Aber ich setze mir ja selber den Druck Aber muss auch sein, Leute, ganz im Ernst Super Meat Boy muss man durchrennen Da muss man zeigen, was man mit dem kleinen Fleischklopf gelernt hat Obwohl diese Level hier sehr ärgerlich sind, muss ich ganz ehrlich gestehen Denn wenn man hier einen zu großen Fehler macht Dann ist man natürlich direkt schon Ja, die Zeit, ne Ist eigentlich eine ganz andere Sache Das hier kann man auch wesentlich schneller noch lösen Aber da hatte ich jetzt Angst So, denn Ja, genau, genau, TT Genau, kack erstmal bei einem der einfachsten Level ab Das Level, was wir hier vorhatten Viel, viel schwieriger Und da kack ich nicht ab Ich merke aber auch meine Hände Die zittern schon so ein bisschen Ich bin schon nervöser als Als beim letzten Part Oh, da haben wir es Das gibt's doch nicht Das gibt's nicht Und das sind so Fehler Die dürfen nicht passieren Die dürfen einfach nicht passieren Oh, ja, 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 Leute Gerade nicht in der Hell Also hier dürfen die nicht passieren Wie gesagt, ihr seht schon Die Hell ist nämlich sehr Boah, und dann springt er nicht Ist nämlich sehr träge Was die Level angeht Es dauert einfach unglaublich lange Bis man hier mal vorankommt Beziehungsweise bis man hier ein Level geschafft hat Oder anders ausgedrückt Nochmal anders ausgedrückt Also schon anders ausgedrückt war Äh, es dauert einfach unglaublich Das ist Das meine ich, ja Da mache ich einen verdammten Jum-Fehler Und es dauert einfach unglaublich lange Bis man das Level dann wieder geschafft hat Weil dieser Fehler Einfach so Ja, die Level verzeihen dir keine leichten Fehler Und von der Zeit her Dauert es einfach unglaublich lange Sie zu wiederholen Und das ist das, was ich nicht mag An dieser Welt Was ich aber auch im Übrigen An The Rapture nicht mag Und niemals mögen werde So, aber ich glaube Wir stehen ganz gut momentan Ja, das kann man schneller machen Das machen wir auch kurz schneller So, das kann man auf jeden Fall Also ein bisschen möchte ich ja dann doch noch Auf die Schönheit innerhalb der Level bestehen Muss ich euch ja ganz ehrlich mal sagen Yo, gut, gut Was war das? Der Leck des Tages, oder was? Was soll das sein? Habe ich keine Aufnahmekapazität mehr, oder was? Was willst du mir hier erzählen? Was willst du mir erzählen? Was willst du mir erzählen, Junge? So, da haben wir die Frau gerettet Und das ist auch ein schönes Level, muss ich sagen Komm her Nimm dir den Key mit Den Schlüssel Zumidfraus Herz Oh mein Gott Und hier haben wir auch ein schönes Level Wie gesagt, die Level sind an sich Eigentlich finde ich die alle wunderherrlich wahr So könnte man es auch nennen Woppa-chaka Oh, wuhu Einmal durch bitte Yeah, dankeschön Okay Das war somit das Dümmste, was ich hätte machen können Äh, da weiß ich auch nicht, wie man da jetzt wieder Ja, da kommt man nicht raus Also, da wüsste ich jetzt keine Möglichkeit Wie man da vernünftig rauskommen soll Wirklich nicht, Leute So, da haben wir die Mietfrau gerettet Ja, das Level ist auch einfach Ich würde eigentlich gerne in diesem Part Auf jeden Fall die Hölle noch abschließen Wenn ich ehrlich bin Aber wenn ich mir das so angucke Müssen wir gleich bei den Leveln, die jetzt noch kommen Teilweise schon unglaublich Skill an den Tag legen Äh, das ist im Grunde ist das hier auch einfach Das sind halt oft auch alles so Äußerungen im Grunde Was ist im Grunde? Im Grunde ist alles relativ einfach Ja, das ist zum Beispiel nämlich so ein Fail Der, der muss echt nicht sein So Zack Hätten wir auch beim ersten Mal schaffen können Haben wir aber nicht Ja, da, oh Da ist ja wieder mein Ja Wir können, ja, genau Wir können nämlich Ja, wir können nämlich vor dem Fleischplops antreten Okay, komm Lass mal die Spieler rein Jetzt kommt es wirklich mal auf die Zeit an Ja Das ist gut, Kevin Du bist gut Es kommt nicht auf die Auf die Das ist verarscht Okay Dann kommt es eben doch auf die Zeit an Ja, und das habe ich nie wirklich begriffen Dieses Level, wenn ich ehrlich bin Leider habe ich dies nie wirklich begriffen Ja Das heißt, wir werden uns hier den Rest des Tages aufhalten An diesem Level Nein Da war es doch Oh Jetzt habe ich es Gut Ich habe es aber gerade begriffen Ich glaube, das ist das Wichtige Ich habe das Level begriffen Boah Da-dam Ja So viele Versuche, wie wir hier nur brauchen Haben wir, glaube ich, noch nie gebraucht Uah Huiuiui Knapp, knapp Ah, doch Wir sind gleich durch Wir sind gleich durch Das ist ja schon mal sehr beruhigend No Ja, und das ist das Level, was ich auch so oft nicht schaffe Und mir immer wieder in den Arsch beißen könnte Weil es einfach Eine unglaubliche Länge in sich hat Das ist doch verdammte Hallekatschen Das gibt es doch nicht Lebt doch mal, Junge Lebt doch mal endlich Gibt es doch nicht, ey Ja, Leute Das sind die Level, die einen Master of Meat Boy bewegen Der gar kein Master ist, wenn er hier so fällt Oh Ich raste gleich aus Ich raste gleich wirklich aus Weil das sind einfach Fehler Ja, was soll das Lass uns die Kacke doch wieder weg, ey Ohne Spaß Ohne Worte Ohne Worte Ohne die Eskorte, Leute Ja, dann kann es mich mal Ich glaube, es liegt nämlich daran Zu welchem Zeitpunkt Das Vieh gezündet wird Ja Da lag es wohl dran Oh Komm, komm, komm Das sollte nicht das Letzte sein Okay, ich weiß wieder, wie es geht, Leute Boah, das sind alles so Und Es ist ne Level So, das hier ist Meines Erachtens nach Das letzte Level Ich wüsste Keins, was danach noch kommen soll Vor Peter Fox, Alter Nein Nein Oh, Meat Boy Oh, das war zu lange Na ja, gerade Gerade noch so Hinbekommen Ja Und Yay Okay, Leute Die Hölle ist abgeschlossen Nach knapp 11 Minuten Beziehungsweise 12 Minuten Wir sehen uns im nächsten Pub wieder Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal Wieder dabei bei SuperTweetBoy Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao